Hallo, liebe Wassermänner, willkommen hier auf diesem Kanal. Ich habe hier Karten ausgelegt für euer Sternzeichen für den Monat September 2020. Es geht um liebe Partnerschaft, liebevolle Verbindungen oder auch Familienangelegenheiten. Es ist ein Kartenspiel. Bitte betrachtet es auch spielerisch. Nimmt das für euch raus, was passend ist oder was auf eure Situation passt. Und ja, wer sagt, nee, da finde ich mich ja gar nicht wieder, dann ist es halt nicht deine Legung. So, ich starte hier auf der rechten Seite mit den Tarotkarten und ergänze dann anschließend mit den Monatkarten. Ich beginne erstmal mit der Monatsenergie. Was ist sozusagen das Thema des Monats? Worum geht es hier? Was ist die Wurzel? Was ist die Überschrift? Und da habe ich hier zunächst den Mond. Und ja, hier geht es um Ängste, hier geht es um Paranoia, vielleicht begründete, vielleicht unbegründete Ängste. Also man spürt hier schon etwas kommen. Ja, man hat hier gewisse Vorahnungen. Und so einige von euch haben in der stillen Minute tiefer nachgedacht und euch ist bewusst geworden, dass hier wirklich sehr große Veränderungen anstehen. Vielleicht sind diese Veränderungen schon in der letzten Zeit bemerkbar gewesen. Ja, nun wird euch das klar, dass hier einiges sich ändern wird. So, ich schaue jetzt mal auf die Vergangenheit. Was war denn so in der Vergangenheit los? Ja, da haben wir hier die Teufelskarte. Also einige von euch haben sich hier in der Vergangenheit in irgendwelchen Partnerschaften, Beziehungen, Verbindungen, das können auch Familienkonstrukte sein, die haben sich hier in so einer, ja, giftigen Atmosphäre befunden. Vielleicht auch in einer Abhängigkeit, wo man nicht wirklich raus konnte, weil man durch Verpflichtungen dran gekoppelt war. Vielleicht, weil man in einer Familie mit jemandem zusammen war, man hatte Kinder oder was oder andere Pflichten. Also irgendwie konnte man hier nicht raus. Oder, ja, es waren vielleicht auch körperliche Abhängigkeiten. Aber irgendwas in dieser Verbindung hat euch sehr zugesetzt, hat euch gar nicht gut getan. Und das sehen wir auch an diesen zwei Karten, einmal 8 der Kälte und 9 der Stäbe. Also in dieser Verbindung muss es ab und an mal gekracht haben. Ja, weil man ist irgendwann zu einer Stufe angekommen, wo man nur noch in Abwehrhaltung war. Wo man nur noch Angst hatte, oh, gleich kracht es hier wieder oder gleich gibt es wieder Ärger. Oder, ja, man ist hier in so einer Verteidigungssituation auch immer. Und das ist halt nicht entspannt. Wenn man mit jemandem zusammen ist und immer hat man so unterschwellig das Gefühl, naja, ich muss auf die Worte achten, die ich sage, ich muss gucken, dass ich hier das Richtige mache. Oder ich mache mal alles falsch und dann gibt es wieder Streit, dann ist der andere eingeschnappt. Ja, wenn man ständig in so einer Situation sich befindet, das ist einfach unangenehm. Ja, und das führt auch zu diesen 8 Kälchen. 8 Kälche sprechen davon, dass man sich in einer Situation einfach nicht aufgehoben fühlt. Ja, man ist hier emotional nicht erfüllt. Man ist hier, man fühlt sich hier auch nicht geliebt. Ja, man fühlt sich in dieser Atmosphäre, in dieser Verbindung einfach unglücklich, belastet. Ja. So, jetzt schauen wir mal auf die Gegenwart. Was ist aktuell so los? So, da haben wir hier zunächst den Ritter der Kälche. Also, jemand hat hier wahrscheinlich einen Ritter losgeschickt mit einem Kälch. Dieser Kälch ist gefüllt mit Emotionen, mit Gefühl, mit Warmherzigkeit. Hier kommt jemand sehr liebevoll, sehr vertrauenswürdig auf euch zu. Oder ihr geht auf diese Person, sozusagen. So, hier haben wir draufgeklärt, einmal die Prinzessin der Stäbe, den Magier und drei der Kälche. Ja, hier soll irgendwie wieder Fröhlichkeit hergestellt werden. Vielleicht müsste man wieder zusammen glücklich sein, sich zusammenfinden, fröhlich sein, Spaß miteinander haben. Ja, hier möchte man vielleicht neu anfangen, zusammen machen. Wieder neu durchstarten, in Fröhlichkeit, ja, in Leichtigkeit. Die Prinzessin der Stäbe ist aber ein Hinweis dafür, dass das hier vielleicht von kurzer Dauer sein könnte. Ja, das ist so ein bisschen dieses gespielte Glück auch hier vielleicht mit dem Magier. Man tut so, haha, hihi. Und nimmt sich vor, dass man hier wieder miteinander in Harmonie leben kann. Aber die Prinzessin der Stäbe ist ein Ausdruck davon, dass diese, dieses Verhalten, diese Absichten, vielleicht diese Vorhaben, nur kurzfristig anhalten. Ja, das ist hier so eine Kurzlebigkeit. Ja, lieber Wassermann, wie gehst du denn hier mit der Situation um? Wie fühlst du dich? Was ist so deine Strategie? Zeigst du dich nach außen? Und da haben wir zunächst hier den Ritter der Schwerter und die Fünfschwerter. Ja, du bist sehr skeptisch. Du bist sehr misstrauisch in dieser Situation. Du befürchtest hier auch wieder Konflikte. Und du bist hier, naja, du bist nicht zurückhaltend, weil der Ritter der Schwerter, der geht schon voran. Ja, der ist hier schon unterwegs. Und du versuchst das Ganze hier mit sehr viel Logik zu betrachten. Sehr kühl, sehr emotional distanziert auch, ja. Also auch wenn du hier im Kontakt stehst, im Regenkontakt, du bist irgendwie trotzdem sehr abgeklärt. Also du redest hier sozusagen nur über das Wichtigste, nur über die Fakten. Also Emotionen sehe ich hier nicht besonders bei dir. Hier haben wir nochmal drauf geklärt. Einmal das Ast der Schwerter und das Gericht. Also hier gibt es auf jeden Fall eine Möglichkeit, durch eine klare Aussprache, die Dinge wieder zu bereinigen. Also wenn es was zu bereinigen gibt, weil anscheinend gibt es ja Konfliktpotenziale oder zumindest Konflikte, die hier unterschwellig am Arbeiten sind. Und ja, vielleicht sprichst du ja hier die Klarheit und die Wahrheit. Vielleicht hier mit dem Gericht. Hier kommt irgendwie so ein Moment bei dir, wo du plötzlich wach wirst und erkennst, was Sache ist. Hier sprichst du vielleicht auch die Wahrheit aus. So, dann schaue ich mal auf das Gegenüber. Was macht dein Gegenüber so? Hier haben wir einmal das Ast der Kälte. Ja, das Gegenüber macht dir hier wirklich ein tolles Angebot. Ich glaube, hier oben der Reiter mit dem Kelch, das ist auch dein Gegenüber gemeint. Dein Gegenüber kommt hier sehr vertrauensvoll, sehr gefühlvoll, sehr sensibel, sehr empathisch auf dich zu. Und macht dir hier ein sehr liebes Angebot, hält dir sozusagen diesen Kelch hier hin, mischte mit dir hier das große Glück und mischte hier etwas Stabiles aufbauen. Davon spricht der Ritter der Münzen. Also hier ist jemand auf dich, hier geht jemand auf dich zu oder mischte auf dich zu gehen und was ganz Stabiles aufbauen. Aber ich habe das Gefühl, dass dieses Gegenüber sehr unsicher ist. Weil davon sprechen hier sieben der Stäbe. Also dein Gegenüber ist hier gewappnet, dass hier trotzdem wieder was schief laufen könnte. Das Gegenüber will hier was Stabiles aufbauen mit dir. Ich weiß nicht, ob du das auch willst. Weil der Ritter der Münzen ist eine sehr langsame Energie. Ich weiß nicht, ob das hier nicht zu langatmisch ist, die ganze Geschichte. Aber dein Gegenüber ist hier schon darauf gefasst, dass es hier zu Unstimmigkeiten kommen könnte. Dass hier irgendwas nicht passt. Oder dass es hier zum Streit kommt oder zu Missverständnissen, zu Interessenskonflikten. So, jetzt schaue ich mal auf die Zukunft. Wie kann sich das hier weiterentwickeln? Was ist so das Potenzial? Hier haben wir vier der Münzen. Und vier der Münzen spricht von einem gewissen Rückzug. Dass sich jemand sehr zurückhält. Auch sehr zurückhaltend mit seiner Energie umgeht. Also man ist hier sparsam mit Geld, Zeit und Gefühlen. Ja, man ist hier schon interessiert, was aufzubauen. Man versucht hier stabil miteinander umzugehen. Ein stabiles Fundament aufzubauen. Aber ich sehe hier auch sehr wenig Engagement bei der Sache. Hier habe ich nochmal vier Karten draufgelegt. Ja, einmal König der Schwerter. Sechs der Kelche. König der Stäbe. Und die Gerechtigkeit. Also bei einigen von euch, ja, gibt es eine Situation, die haben es hier mit jemandem zu tun, der hier sehr gefühlvoll auf euch zukommt und was anbieten möchte. Aber ihr wollt vielleicht jemandem ganz anderen eure Aufmerksamkeit, eure Zeit schenken. Vielleicht ist euer Fokus auf jemandem ganz anderem gerichtet, liebe Wassermänner. Weil hier im König der Schwerter sehe ich sehr stark eure Energie. Das ist ja eure Karte. Ihr seid ja hier Könige und Königinnen der Schwerter. Und hier haben wir noch eine weitere Person. Ein König der Stäbe. Ich sehe da definitiv eine andere Person. Eine sehr feurige Person. Eine sehr optimistische Person. Eine sehr, ja, eine sehr ambitionierte Person. Eine sehr erfolgreiche Person auch. Könnte ein Feuerzeichen sein. Schütze, Witter, Löwe. Oder diese Person hat sehr viele Planeten im Löwe, also im Feuerzeichen. Sehr feurig. Bringt sehr viel gute Energie rein. Sehr viel Leidenschaft. Sehr viel Bewegung in die ganze Sache. Und diese sechs Kelche verbinden euch miteinander. Du bist hier, also du Wassermann bist hier irgendwie mit jemandem sehr stark verbunden. Mit diesem König der Stäbe. Und diese Verbindung, die ist so spirituell, die ist so tiefgehend. Also ihr gehört irgendwie zusammen. So kriege ich das hier rein. Das ist hier eine Beziehung, die schon, also man kennt sich hier schon sehr lange. Vielleicht sogar aus der Kindheit. Sogar vielleicht aus dem früheren Leben, wer dran glaubt, ja. Das könnte auch eine Beziehung sein zu einem Ex-Partner oder vielleicht zu einem verstorbenen Partner. Wo man immer noch sehr tief mit dem verwurzelt ist. Man ist hier sehr tief verbunden auf einer sehr spirituellen und emotional erfüllenden Ebene. Und ich habe das Gefühl, dass ihr, liebe Wassermänner, euch diese Person hier irgendwie zurückwünscht. Vielleicht kommt ja diese Person wieder in euer Leben. Das sagt mir die Gerechtigkeit. Sehr speziell, ich habe es ja angekündigt. So, ich schaue jetzt nochmal rüber hier auf die Lenemann-Karten, was die so sagen. Wir rutschen mal hier ein Stückchen rüber. Hier oben der Brief, das Kind, das Buch. Hier werden irgendwie Nachrichten erwartet. Eine Kommunikation wird hier erwartet. Vielleicht gekoppelt mit einer Entscheidung. Vielleicht gekoppelt hier mit Neuanfang. Vielleicht wartet hier jemand auf eine Nachricht von euch. Das liegt hier aber sehr stark blockiert. Oder jemand versucht, diesen Kontakt hier zu blockieren. Hier zentral in der Mitte Entscheidungen. Welchen Weg gehe ich jetzt? Gehen wir diesen Weg zusammen? Gehen wir diesen Weg weiter getrennt? Diese Entscheidung kann nicht getroffen werden. Das sehe ich daran, dass diese Entscheidungskarte hier vom Berg und vom Sarg eingeschlossen ist. Vielleicht hat diese Entscheidung auch mit Kindern zu tun, dass man diese Entscheidung nicht fällen kann. Hier liegen irgendwelche Geheimnisse. Hier könnte auch ein dunkles Familiengeheimnis irgendwie liegen. Also für die, für die es zutrifft, ja, vielleicht trifft es auch nur einen. Aber hier liegt irgendwie ein dunkles Familiengeheimnis. Das wirkt hier irgendwie in diese Verbindung mit rein. Hier haben wir die Brücken und den Lebensbaum. Hier ist jemand mit jemandem verbunden. Hier hat jemand noch eine Brücke zu jemandem, den er sehr lange kennt. Also hier ist jemand in deinem Leben, mit dem du sehr stark verbunden bist. Das ist hier eine Lebensverbindung. Und diese Brücke ist immer noch am Bestehen. Und vielleicht verhindert diese Brücke etwas, etwas Neues, ja. Weil hier liegt der Berg auf dieser Brücke. Vielleicht ist diese Verbindung zu diesem anderen Menschen oder zu diesem anderen Leben vielleicht, ja. Einfach eine Behinderung, um hier Entscheidungen zu treffen. Vielleicht in eine neue Richtung zu gehen. Hier haben wir zum Schluss noch das Glücksklee, unerwartetes Glück. Kommt auf dich zu, ja. Sehr süß hier zum Schluss. Ja. Interessant, interessant. Ihr müsst es auf euch anwenden. Ich hoffe, das hat hier für einige gepasst. Ansonsten wünsche ich euch natürlich allen einen wundervollen September. Viel Erfolg. Alles Gute. Tschüss. Des musst du, falls dir. Schick willkommen, youっ. Tschuy. Tschüss. Tennesseeتي noticeable,omez claimant. Tschüss. 换 JENNY tryTo jet. Vielen Dank.